In einem Hafen, hoch im Norden. Muss hier sein. Machten sich zwei Beachvolleyballer. Hier? Das ist ein Schiff. Auf die Suche nach etwas Unglaublichem. Ist es das, was ihr sucht? Ich glaube schon. Doch was sie fanden. Wenn ihr den wollt, dann müsst ihr drum spielen. War jenseits ihrer Vorstellung. Erleben Sie diesen Sommer. Der heißt nie eigentlich. Die Geburt von Böcker Ratzka. Böcherowska? Böcker Ratzka, Mann. Demnächst in einer Sandkiste in ihrer Nähe. Alle Infos auf Böcker-Ratzka.de Alle Infos auf Böcker-Ratzka.de Sindsang, Mann. Schon auf Böcker rvoor. Böcker Ratzka.